Hallo, willkommen beim Fest-Experiment. Neben mir seht ihr unsere Kühlstaten. Mit diesem kühlen wir unsere Detektoren auf eine Temperatur von nur minus 273 Grad Celsius. Damit haben wir hier einen der kältesten Punkte im ganzen Universum. Diese extreme Temperaturen ermöglichen es uns, nach Dukle Materie zu führen. Doch was genau ist Dukle Materie? Eine kurze Antwort, wir wissen es doch nicht. Fakt ist aber, viele experimentelle Messungen und theoretische Modelle zeigen uns, dass unser Bild vom Universum noch nicht ganz komplett ist. Neben der für uns sichtbaren Materie, das sind Planeten und Sternen, die wir nachfragen können und aus der wir auch selber geschaffen sind, scheint es auch eine unsichtbare oder dunkle Materie zu geben, deren Energiedichte fast fünfmal so groß ist, wie die der von uns bekannten Materie. Wenn es euch interessiert, wie wir hier auf der Erde mit unserem Experiment versuchen, diese dunkle Materie nachzuweisen, könnt ihr gerne am 26. Juni bei unserem Tag der offenen Tür vorbeischauen. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!